Hallo und herzlich Willkommen liebe Besucher der Welt von Goonicon, ich habe eine Ankündigung zu tätigen und zwar mein neues Projekt Surviving Mars, ein Aufbauspiel bei dem es darum geht den Mars zu erreichen, den Mars zu besiedeln und das höchste aller Ziele auf dem Mars sich fortzupflanzen, ein Spiel das uns zu Beginn eher ein Erkundungsspiel ist, also ich kenne es noch nicht so gut, wir werden sehen was da alles auf uns zukommt, aber zum Ende ganz sicherlich einiges an Komplexität mit sich bringt, man kann sich ja vorstellen wie das sein wird, wenn wir Banausen auf den roten Planeten gehen, weil mit den Goonians, mit unserer Welt von Goonicon werden wir da nach oben reisen, werden da gemeinsam unsere Häusle bauen und schauen was wir da hinstellen können, ich freue mich drauf und freue mich natürlich wenn ihr da mit dabei seid, also bald geht's los in den nächsten Tagen kommt Folge Nummer 1 von Goonicon und Surviving Mars